Es ist ein cooler Wettbewerb, weil man in einem Team zusammen gewinnen kann. Es ist cool, weil man dann zusammen an seine Grenzen gehen kann und am Ende ist man dann als Team stark und nicht nur alleine. Ich finde es gut, dass der CFO und der CFP zusammen stattfinden, weil das den Zusammenhalt fördert. Und als behinderter Mensch wird man auch manchmal ausgegrenzt, nur weil man bestimmte Dinge nicht versteht oder weiß. Und im Sport kann man Sicherheit beweisen. Wir sind seit 2012 Hauptsponsor von Jugend trainiert, weil die Kids hier einfach Leistungsbereitschaft zeigen, Teamgeist und Kampfgeist an den Tag legen. Und das sind alles Werte, die die Bahn auch vertritt. Ich hoffe esimlich. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ach so, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Diese Reihe� wird die neue academische Marki AG-ALEE. Ich hoffe, es hilft hierzu! Untertitelung des ZDF, 2020